Pass auf. Das Ding macht so Laser-Augen. Bei meiner Sammlung. Ah, ja, ich bin noch mit... Ah, ich bin noch mit deinem Team gewesen. Ich schieße auf die Hände. Ich weiche dem Laser-Strahl aus. Ah, ich hatte noch... Ah, aber guck mal, wie viel hat sich das schon einsteckt, ey. Ja, ich hatte immer viel. Boah, ich liebe dem Team, sondern das verrägt mich. Ja, guck mal. Da oben. Ja. 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 Ich finde das was geilste Metal Slug. Ich bin die Endgegner. Hammer geil. Was ist das? Ja. 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 Du hast ihn nicht mehr gekriegt, schade. Spring hier drauf, vielleicht bin ich mal hochgezogen. Jetzt wird es richtig scheiße hier, bin ja auch aufgestorben. Soll, ich bin genau rein. Soll ich jetzt noch nicht falsch hier weiter zu schließen? Das machen wir ja eh schon. Oh mein Gott, ich kann auch Wohne schreien. Wie geil ist das? Ich muss auch nach Wohne schließen. Ich bin ja auch. 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 Oh, ich hab mich gestorben. Der ist nicht mehr Waffe. Ja, ich bin ja auch. Boah, echt schon vor hier. Boah, wie punkte ich aber echt? Was soll denn das für die Maschine? Nein, wenn ich mich nicht mehr sehe. Komm, einfach nach vorne, das wird jetzt richtig lustig. Ich nehme mir viel nach vorne. Granaten, 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 Granaten! Ja, ich verreck natürlich wieder, ey. Jetzt bin ich hinter dem Teil. Tor-Level mit Kurbeln. Ich glaube, das ist der Faggits. Ich finde der Faggits sind da. Ich finde der Faggits sind da. Ich habe den Faggits. Boah, 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 boah! Ich habe die Faggits, meine Faggits. Ich weiß, weiß, was das ist. Oh, ich habe die Kamera gestellt. Ist irgendwie irgendwie nicht. Dann geh doch zur Seite. Ja, hier steht der Fernseher. Dann schubst du zur Seite. Ich muss da rein. Jetzt hast du schon Scheiße gemacht. Als wenn der Ding zerstört. Nein! Die Rolle aus dem Teil raus. Das ist für eine Waffe, oder? Ich lach dir nur unter diesem. Ich habe den jetzt getroffen. Die Rolle. Ich bin so zuvallig. Ich möchte es, ich möchte es nicht mehr sagen. Ich gehe mal, ich bin ein. Ah! So ein Verhistert. Toll, da war jetzt noch ein Prinz. Da läuft doch einer rum, verharscht. Ja, das ist nur Verharscherei. Wir nehmen immer Vater Abraham. Vater... Vater Abraham in Kriegsgefangenschaft. Ne, 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 warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Gut, ne? Das ist da jetzt ernstlich. Das ist noch ein Scheiß-Sleep-Krieg. Warte. Alter, du sollst mir auch eine Waffe überlassen, ey. Warte, komm mit dir. Ja, ich schieb dir recht. Verdammt. Ich will immer auf den. Toll. Okay, cool. Ich verwechsel mal kurz. No. Ich hab gleich hier verwechsel mal kurz. Ja. Etwaaaas. Ja, ne voraus. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich geh im Nacken auf den Schmerz, das ist geil, besser als Style. Wir haben grad einen Fisch aus dem Bach abschießt. Fisch! 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 Toll, scheiß Motorrad. Das ist geil, was ist der Hand? Soll. Zwei. 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 Toll, diese Motorräder, die trotzen. Da haben wir beide eins. Komm runter, das steht schon. Ha, ausgewichen. Ausgewichen, du stehst doch noch hinter mir. Boah, das ist schon ein Schaden, weil ich das ausfumsehe. So. Das ist echt gut. Komm mal.